Jo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dayshops. Ihr hört es vielleicht schon, ich bin wieder zu Hause. Ich war ja die letzten Tage über Silvester verreist und jo, jetzt bin ich wieder daheim. Heißt also wieder ganz normales Mikro, alles wie immer. Und ihr seht es auch schon im Hintergrund, wir haben endlich mal wieder einen neuen Skin drin. Nachdem ja die letzten Tage der Shop eher, ja, nicht so besonders spannend war. Nämlich den Schneefuß für 1500 V-Bucks. Dazu noch eine ziemlich coole neue Hacke, die auch noch einen ziemlich guten Preis und einen richtig nice neuen Sound hat. Den werde ich euch natürlich auch noch gleich zeigen. Zu Beginn, Leute, werde ich aber dieses Set auch wieder verlosen. Das heißt also, wenn ihr heute den neuen Skin und auch noch die neue Hacke haben wollt, dann könnt ihr das heute alles gewinnen. Ich verlose es an alle meine Creator. Also wenn ihr das haben wollt, einfach nur kurz in den Fortnite-Shop gehen und dort Snoxy als Creator eintragen. Weil mir könnt ihr ja immer über den Creator-Tag hier immer coole Dinge gewinnen. Also wenn ihr immer die neuen Items haben wollt, einfach nur Snoxy hier als Creator eintragen. Ich bläne es euch hier immer nochmal ein, wie ihr das genau schreiben müsst. Und dann auf allem klicken und dann auf den neuen Skin gehen, den Schneefuß, der heute drin ist. Und dann seht ihr unten schon mit diesem Kauf unterstützt du Snoxy, das steht ja hier da. Einfach nur mit eurem Handy dann davon kurz ein Foto machen und mir das auf Instagram schicken. Auf Instagram heiße ich Snoxy, also wieder halt ohne das ihr am Ende dran. Einfach nur als private Nachricht schicken oder mich auf ein Foto markieren. Falls ihr kein Instagram habt, auch gerne über Twitter oder die E-Mail, die ihr unten in der Videobeschreibung findet. Genau, einfach nur ein Foto mit eurem Handy machen, wie hier Snoxy da steht und mir das halt einsenden. Und alle Leute, die mir dann bis heute Abend dieses Foto geschickt haben, wie hier Snoxy als Creator bei dem Schneefuß-Skin eintragen ist, die können dann heute ganze zweimal das neue Set gewinnen. Also falls ihr das haben wollt, geht einfach nur kurz in den Fronten schauen und tragt das dort ein. Würde mich mega supporten. Und wie gesagt, könnt ihr hier jeden Tag coole Dinge gewinnen, wenn ihr dort Snoxy eintragt. Also ja, macht's gerne. Dauert nur wenige Sekunden und ist komplett kostenlos. Also lohnt sich das auf jeden Fall. Und ja, dann muss ich sagen, fangen wir auch direkt hier mit dem Schneefuß-Skin an. Er kostet 1500 V-Bucks. Und er hat einen ziemlich coolen Backpack, so einen Stern, der auch noch so leuchtet. Und ja, schaut's, finde ich, ziemlich cool aus. Ich denke, den Stern will ich auf vielen verschiedenen Skins mal testen und auch die nächsten Tage den Stream spielen. Ich streame ja aktuell abends immer in den neuen Shop rein. Deswegen werde ich es auf jeden Fall mal anschauen, wie das Ganze auf verschiedenen Skins ausschaut. Ich finde, auf jeden Fall sieht das schon mal so ziemlich heftig aus. Das ist der Skin. Und dann haben wir dazu halt passend in dem Set noch die neue Hacke. Nämlich die umgekehrte Klinge für 500 V-Bucks. Das ist ein richtig guter Preis dafür, dass die erstmal ziemlich cool aussieht. Mir gefällt dieses blau-schimmernde, dazu noch dieser Leuchteffekt hier. Und er hat einen ziemlich coolen Sound eher. Die Hacke hat einen ziemlich coolen neuen Sound. Ich spiele mal ganz kurz ab. Ja, der gefällt mir richtig gut, der neue Sound. Ich finde, er ist ein bisschen leiser. Ich hoffe, dass wir es noch ein bisschen lauter machen werden. Denn es hatten sie ja schon in der Vergangenheit mal gemacht, dass sie die Sounds von, ähm, ja, Haken und so weiter ein bisschen eingepasst haben, dass die alle gleich laut sind. Ich finde, die ist noch ein bisschen leiser, weil der Sound hört sich richtig geil an. Und, ähm, ich hoffe, dass die den halt einfach lauter patchen, weil den würde ich echt gerne lauter hören. Das ist ein sehr, sehr cooler Sound. Ist mal was anderes. Deswegen, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, die Hacke, richtig guter Preis. 500 V-Bucks nur. Und wie gesagt, wenn ihr den gewinnen wollt, einfach nur Soxie als Creator antragen, wenn ihr das gesamte Set hier gewinnen wollt. Beide Items verlose ich hier zusammen als Set an all meine Creator. Also einfach nur Soxie als Creator antragen und mir das Foto auf Instagram zum Beispiel schicken. Ich hatte ja die letzten Tage keine Giveaways gemacht, weil ich ja im Urlaub war. Und ich dachte so, ja, im Urlaub, das kann ich nicht richtig auflösen und so. Das wird einfach alles nicht so gut. Deswegen hab ich gedacht, jo, warte ich denn erstmal die Tage, bis ich wieder zu Hause bin. Und jo, jetzt bin ich wieder zu Hause. Heißt, es geht wieder los mit den ganzen Giveaways jeden Tag hier wieder. Wenn neue Items rauskommen, könnt ihr die bei mir gewinnen. Einfach nur Soxie, wie gesagt, dort eintragen. Und dann kommen wir schon zur rechten Seite des Sortingshops. Dort haben wir erstmal die Schrottdüse drin für 1200 V-Bucks. Ein, ja, ziemlich cooler Gleiter. War, glaub ich, erst ein einziges Mal bisher im Shop. Mir gefällt ja dieser Steampunk-Style. Mir gefällt auch diese Glüheffekte, dieses Feuer, was hier hinten so rauskommt. Schaut schon ziemlich heftig aus. Dazu haben wir dann noch den Scherpenfeldwebel, den Cowboy, wie wir ihn immer nennen, für 1200 V-Bucks. Dann noch den Baumspalter aus dem Hachibat-Set. Ich denke mal, der Hachibat wird dann wahrscheinlich morgen kommen. Das ist mein Call auf jeden Fall für den morgigen Shop. Dann haben wir noch die Flugpionierin drin für 1200 V-Bucks, wo ich den Backpack ziemlich nice finde. Dann haben wir noch den Emote auf großem Fuße. Das ist der erste Emote. Da seht ihr auch nochmal den neuen Skin in Action. Und dann haben wir noch im letzten Sloters heutigen Tages den Emote Royal Muckies drin für 200 V-Bucks. Ja, nichts Großbesonderes. Man flext einfach kurz mit den Muskeln. 200 V-Bucks sind dafür noch in Ordnung. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell ingame, weil ich denke mal, viele wollen natürlich auch den neuen Skin kurz sehen. Also gehe ich mal ganz kurz in die Spielwiese. Ich fliege mal ganz kurz runter, dass ich euch den neuen Skin nochmal zeigen kann. Und zack. Da sehen wir ihn schon mal auf einem Gleiter, an einem Gleiter dran. Dann landen wir hier mal ganz kurz, dass ich euch den Skin nochmal zeigen kann. Dann packen wir mir mal kurz den Baum ab. Und dann hört ihr schon den Sound der Hacke. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Cooler Skin. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben von einer Skala von 1 bis 10, wie ihr den Skin so findet, wenn 10 das Beste ist und eins das Schlechteste, wie euch der neue Skin hier gefällt. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und jo, falls ihr neu seid, könnt ihr gerne auch abonnieren. Einfach kurz runter scrollen und auf den Abo-Button klicken. Und jo, das war dann der neue Skin, der neue Shop. Habt alle noch einen spannenden Tag. Wie gesagt, wenn ihr das gewinnen wollt, einfach nur das Soxie als Creator eintragen und mir schnell das Foto schicken. Dauert nur ganz kurz und ihr könnt halt dann den neuen Skin und die neue Hacke hier heute gewinnen. Wir hören uns heute Abend wieder zum nächsten Stream bis zum neuen Shop. Ich streame ja abends immer bis in den neuen Shop rein. Also, falls ihr Bock habt, schaut mal gerne vorbei. Auf die Endkarte blende ich euch jetzt noch ein Video ein, wo ich euch wieder 5 coole Skin-Combinationen vorgestellt habe. Also, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, klickt gerne mal hier drauf und jo, dann einfach nur hier anklicken und dann sehen wir uns dort. Bis dann, tschüss!